8,8. Eine Tsunamiwelle überschwemmte die gesamte Küste im Norden des Landes. Autos wurden ins Meer gespült, zahlreiche Menschen sind verletzt oder verschüttet. Bisher wurden fünf Tote geborgen. Auch in der Hauptstadt Tokio schwankten die Wolkenkratzer. Panik im Parlament. Fast überall brachen große Brände aus, sechs allein in der Hauptstadt Tokio. Der Verkehr brach zusammen, es gibt keinen Strom mehr, der internationale Flughafen wurde geschlossen.